Hallo, ihr wollt wissen, wie man Regisseur wird oder wie man eine Liebesszene inszeniert? Ihr habt jetzt die einzigartige Möglichkeit, eure Fragen direkt an einen Regisseur zu richten. In diesem Monat haben wir immerhin das Thema Deine Idee für eine Webserie. Schreibt also eure Fragen und ihr könnt wirklich alles fragen in die Kommentare oder auf Twitter mit dem Hashtag FragZDI. Und ihr fragt nicht etwa irgendeinen Regisseur? Nein, ihr fragt Maurice Hübner. Er ist bekannt für die Serien Familie Braun und die Blaumacher, dreht aber auch Spielfilme und Musikvideos. Er wurde 86 geboren. Ein sehr guter Jahrgang. Und hat schon mit zwölf Jahren Filme mit seinen Freunden nachgedreht. Horrorfilme zum Beispiel. Nach seinem Abi arbeitete er als Regieassistent am Theater und studierte dann Regie an einer Filmhochschule. Als junger Filmemacher schnappte ihnen sich gleich das ZDF. Die wissen halt, was gut ist. Familie Braun hat den deutschen Comedypreis gewonnen und den österreichischen Fernsehpreis Romy. Jetzt seid ihr dran. Schreibt eure Fragen an Maurice. Ich erinnere in die Kommentare oder auf Twitter mit dem Hashtag FragZDI. Ihr könnt alles fragen, was euch auf der Seele brennt. Zum Beispiel verdient man beim Fernsehen genug? Wie pitche ich eine Idee? Oder Maurice? Bist du als Regisseur ein Kontrollfreak oder kannst du auch Dinge abgeben? In diesem Sinne, schreibt uns eure Fragen und bleibt kreativ.